Kennt ihr Martin Semmelrolle? Nein! Das reicht jetzt auch schon. Ihr wisst genau worum es geht, hoffe ich mal. Es wird nicht einfach so gebrüllt, damit wir anfangen. Martin saß im Klass. Martin ist wieder frei. Martin ist irgendwie einer der größten Schauspieler, die momentan kaum Rollen hat. Oder habt ihr Martin irgendwie seit zwei Jahren wieder im Fernsehen gesehen? Außer Wiederholung nicht, ne? Nee. Martin muss damit sein sehen. Martin ist leider ganz groß. Und spricht er aus dem Sinne. Martin muss zu uns ins Fernsehen. Gib Martin der Lube! Noch eine Chance! Martin muss damit sein sehen. Aber wir sind aufgezählt und erfreut sich nicht über 20-mal. Aber wir sind ja nicht so. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020